So, ich mach auf. Marco, du sagst einfach, wenn du so weit bist. Ja, ich nehm dann schon nochmal auf. Ich mein, ich will sie jetzt doch ausprobieren. Willst du die Einleitung machen, oder soll ich? Das machst du immer so schön. Dann gibst du einfach Startzeichen. Klaas, meine guten Freunde aus Griechenland. Ich zahl euch. Du machst die Einleitung nicht. Nur die Griechen begrüßt. Warum mach ich nicht die Einleitung? Weil du mit nem komisch-russisch oder halb-russischem Akzent die Griechen begrüßt. Ich spuck dann aber jetzt auch nicht mehr ins TS. TS-Pling aus. Stimmt, den nimmt er auf, ne? Ja. Achso, ne, nur wenn ich push total aktiviere. Was ist denn? Das ist doch kein Quatsch. Wie mach ich denn den Ping aus? Wo sind Fiti jetzt hin? Aron, wie mach ich das Ping-Ding aus? Äh, boah, das... Du musst dir deine Töne ausstellen, generell bei den TS. Richtig, wie mach ich das Ping-Ding aus? Ja, bei mir hörte das ja nicht. Ja, aber ich... Du hörst das bei mir? Nein, ich hör das bei mir. Ja, ist ja richtig. Du musst jetzt das Ping ausmachen. Ja, dann sag mir doch mal, wie ich das Ping-Ding ausmachen kann. Äh, du machst die Notify-Group weg? Das kann ich nicht. Das ist mir auch zu wichtig. Warte mal. Und bleibt der Ping halt. Ich bin halt wichtig. Sag mal, was joint der eigentlich hier eine ganze Zeit hin und her? Du musst den Bot schließen. Aber ist doch blöd, wenn man mir diese Gruppe wegnehmen muss und dann kriege ich die nachher wieder. Nein, nein, nein. Den Bot unten, das ist der Last Division, Gildenhaus und TRD-Bot. Und den Bot ist... Und den mach ich einfach zu und der kommt dann nicht mehr wieder da. Beim nächsten Mal einloggt er wieder da. Ja. Ja, okay. Super Chance. Alles gut. Arvon, wie weit bist du? Gleich. Das kam jetzt nur halber an, ne? Bin gut. So, ich hab... Kevin hat mir geholfen, Ping-Ding ist aus. Ah, okay. Ich mach das aber mit Flo nochmal mit dem YouTuber-Rang. Dann kannst du dir den Rang geben, wenn du aufnimmst und dann nimmst du den wieder weg dann. Ah ja, das ist gut. Passwort von Channels, 1, 2, 3. Du kannst es ja nachher wieder machen, aber lass uns mal die Aufnahme beginnen. So. Gut. Jetzt sind wir die Uhr zu. Fenster ist aus. Dann drück ich jetzt in Kürze... Ja, warte mal. Jetzt muss ich mal schon sagen, was willst du denn überhaupt sagen? Es geht auf dich nicht an. Okay. Also. Drei, zwei, eins. Herzlich willkommen bei Rising World. Wir sind ein paar Leute mehr geworden. Mich, die Cora und den Aaron. Kennt ihr schon? Aaron ist der, der jetzt gerade lauthals geklimpert hat und jetzt nicht mal Hallo sagt. Ja, Hallo. Und ich muss jetzt aufhören zu klimmen, deswegen bin ich beleidigt. Genau. Nachdem ich 10 Minuten gebraucht habe. Ihr kennt mich auch schon, aber die Cora vergisst mich schon wieder. Ja, der, der Zwischenpunkt, das ist der Fichty. Stopp, stopp, stopp. Ich habe Connection Lost gehabt. Hängt das schon mal gut an, ne? Ja. Also ich habe alles im Kasten, das heißt im Zweifel hängen wir das einfach vorne hin, als Lacher für alle. Nee, nee, wir fangen jetzt einfach gleich nochmal neu an. Wunderschönes Spiel. Alle nochmal ausrotzen, alle was weiß ich machen und dann können wir loslegen. 3, 2, 1.